Die Mitglieder eines integralen Planungsteams, wie z.B. Architekten und Tragwerksplaner, arbeiten in den frühen Phasen eines Projekts eng miteinander. Es gibt viele Änderungen, die von allen Seiten kommen können und somit auch die Arbeit aller beeinflussen. Hierbei die Übersicht zu behalten und alle Änderungen, die für sie wichtig sind, zu übernehmen und einzufliegen, ist fehleranfällig und zeitaufwendig. Schließlich gibt es ja nicht nur Änderungen in der Geometrie, sondern auch in den Projektdaten, Eigenschaften und sonstigen Daten. Archigad bietet dafür die Änderungsnachverfolgung in Verbindung mit BIMcloud. In einem Teamwork-Projekt können Sie ein Abonnement erstellen. Mit so einem Abonnement weisen Sie BIMcloud an, bestimmte Elemente und Projektdaten zu überwachen und sie bei Änderungen zu benachrichtigen. Sie können drei Abonnementarten erstellen. Über Elemente, für die Sie bestimmte Kriterien festlegen. Über ausgewählte Elemente in dem Projekt. Und über Projektdaten, sowie zum Beispiel Geschosse, Eigenschaften oder Attribute. Wir erstellen nun ein neues Abonnement, das auf Kriterien basiert und überwachen das Stahltragwerk. Wir wollen bei allen Änderungen an Stützen und Trägern benachrichtigt werden, die auf einem bestimmten Profil beruhen. Wir wollen wissen, wenn es Änderungen an der Geometrie, der Ebene oder der tragenden Funktionen gibt. Wir wollen ebenfalls bei den Änderungen aller Teamwork-Mitglieder benachrichtigt werden. Deswegen wählen wir hier jeder aus. Die Checkbox vorne zeigt an, dass das Abonnement aktiv ist. Wir wenden die Änderungen an und schließen diesen Dialog. Von nun an erhalten wir Benachrichtigungen über die ausgewählten Änderungen, sobald sie von BIMcloud empfangen werden. Ein anderes Mitglied des Teams hat am Tragwerk gearbeitet und ein Teil geändert. Von diesem Status auf diesen Status. Nun schickt sie ihre Änderungen an BIMcloud. An unserem Arbeitsplatz erhalten wir eine Benachrichtigung, dass es überwachte Änderungen gibt. Indem wir darauf klicken, gelangen wir in eine Palette, in der die Änderungen nach wie zum Beispiel Status oder Werkzeug sortiert sind. Die Benachrichtigungen erscheinen auch in der Teamwork-Palette und können von hier aufgerufen werden. Zudem gibt es die Option, die nachverfolgten Änderungen in 2D und 3D hervorzuheben, bevor sie diese von BIMcloud empfangen. Die Nachverfolgung läuft in Verbindung mit den anderen Archicad-Werkzeugen. Wir klicken auf Empfangen, dann Vergleichen, um die Änderungen von BIMcloud zu empfangen. Danach öffnet sich das Fenster für den Modellvergleich, wo wir die Änderungen sehen können. Wenn Sie den Änderungen nicht zustimmen, erstellen Sie ein Issue und weisen Ihnen dem Ersteller zu. Mit der Änderungsnachverfolgung behalten Sie die Übersicht über alle wichtigen Änderungen in Ihrem Projekt. BIMcloud und die Archicad-Werkzeuge bieten Ihnen einen integrierten Arbeitsablauf, mit dem die Zusammenarbeit im Team wesentlich koordinierter wird. Was weniger Fehler, eine bessere Übersicht und somit auch eine wesentliche Zeitersparnis für Sie bedeutet. Besuchen Sie unsere Webseite grafisoft.de, um mehr über Archicad zu erfahren, oder laden Sie sich jetzt Ihre Testversion herunter.